so stellt man sich das doch vor bisschen rockmusik wo ist der controller da nein mein chat oh gott jetzt hab ich mich jetzt hab ich dir weggedrückt okay wir kommen im chat stopp herr teil jawohl link wir werden uns wiedersehen cool so cool dass ihm auch in einer winterjacke kalt ist jaha so und dann stellen wir uns jetzt hier hin stecken das schwert weg und nächstes mal arbeiten wir dann weiter an der bigoron quest und schauen was und was wir da oben so wir machen das dramatisch wir beenden unseren part hier oben hier oben hier oben ist sogar noch besser wir drücken speichern mit der tollen aussicht ich bin nicht im programm drin speichern und dann spielen wir Zelda beim nächsten mal weiter und bedanke mich fürs zuschauen und dann bis zum nächsten mal so hier ist jetzt stopp für Zelda bis zum nächsten mal